Puh, ist mir das jetzt lieber oder sind mir diese Viecher lieber? Danski! Danski, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Radi. Was habt ihr gespielt heute? Dankeschön. Was geht ab, Danski? Sie kommt mir auch sehr bekannt vor. Temperance? Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Hey, Nox, wie geht's dir? Hallo? Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ey, guten Hunger, Danski. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Wir spielen gerade The Quarry. Nicht wundern, dass ich nicht so krass dolle heute mit euch quatsche. Ich würde super gerne auf YouTube hochladen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Streamy gehabt bei Danski, Leute. Und ich hoffe, ihr habt Snacks dabei. Wir spielen ein Horrorgame. Ist von Supermassive Games, die auch Until Dawn gemacht haben und diese ganze The Dark Pictures reingemacht haben und so. Der OP ist doch am Anfang bei... Stimmt, Papsi! Genau! Das ist der OP von Detroit Become Human, der im Rollstuhl sitzt mit Marcus. Stimmt, 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 stimmt. Du hast recht. Äh, mehr sehen, bitte. Darauf habe ich gehofft. Stimmt, stimmt. Okay, was sehen wir? Das mit dem Auto haben wir schon gesehen, ist gerade passiert. Okay. Du gehst besser los. Cool. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Oh, meint ihr das Spiel? Fragt mich auch wie in Until Dawn mit so einem Buch. wovor ich mehr Angst habe und so. Das fand ich extrem cool. Auch wenn das jetzt nicht viel verändert hat in der Story, aber das war geil. Kapitel 2. Ruf oder Ehre? Grafik ist wirklich krass. Finde ich auch. Ich spiele es auf dem PC. Oh, Emma Vlogger oder was? Fleisch von verstorbenen Essen wie in diesem Flugzeug-Katastrophenfilm. Zuerst Filet-Jacobe. Der Genuss dieses heißen Muskelwerks kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran. Das ist, was sie gesagt hat. Nox, danke schon für den Follow. Wow. Was? Pst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Oh, oh. Tür eintreten? Ne, ich lass den mal machen. Ich vertraue ihm, der schafft das. Boom. Na bitte. Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Ähm. Geschickte Hände. Ich bin mal ein bisschen flirty mit dem. Hm? Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Oh, nee, okay. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich finde ihn süß, Chad. Was soll ich machen? Wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Kühlschrank. Bip. 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 Was wird das denn? Bip? Oh. Äh. Das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Aber auch so eine Parallele zu Until Dawn, ne? Da war doch auch Jessica und Mike oder so. Die auch so horny aufeinander waren. Und dann wollten die Bimsen und dann wurde die Alte geschnappt von so einem Wendigo. Wisst ihr noch? Uh. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Ähm. Ähm. Oh, jetzt macht der so einen Melonenwitz. Oh, ne. Jackpot. Hey, ähm. Sieh nur meine Riesenmeln. Oh, ich wusste es. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Party-Time. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder. Wobei. Vielleicht auch doch. Okay. Ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partygramm um. Okay. Partygramm. Ähm. Ups. Äh. Hallo. Boah. Aber Emma ist auch hübsch. Okay. Hallo. Bitte kein Jumpscare. War übens cool. Aber safe. Komm. Jetzt hier eine Ratte oder so. Partyzeug. 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 Habe ich auch so ein Radar? Wer kauft den Scheiß? Ja. Ist doch ein schönes Souvenir, oder? Oh, okay. Okay. Heyho. Partyzeug. Hier gehe ich mal rein. Die Grafik ist wirklich krass, finde ich. Seht ihr hier irgendwo Partyzeug? Hier? Oh, Konfetti? Oh, Konfetti? Das ist eine Karte. Achso, ich dachte so eine Konfetti-Bombe, Dings. Lodge-Renovierungspläne. Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Oh. Oh, das ist immer so eine gefährliche Kameraperspektive, du. Jetzt eintretend? Ähm, ja, lass uns mal Jacob rufen mit seiner Klammer da. Sieh dir das an! Dankeschön für die ganzen Clips-Gameplay. Dankeschön, dass ihr Clips macht. Oh, ho, 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 ho. Also dann. Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Oh, Mann. Ja, lass ihn kurz seinen Moment haben. Hallo, Lightpool, was geht's? Hallo. Hast du gerade heiß gesagt? Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um... Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten? Sonst fällt die Tür ins Schloss. Können wir nicht einen Stuhl davor stellen? Bitte macht das einfach. Oh. Hey, Oskar, was geht ab? Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Stell doch einfach einen Stuhl davor. Sekiro spielen wir am Montag, Leute. Das beenden wir am Montag. Hoffentlich. Ich würde sehr gerne in die Kühltruhe reinschauen. Zombie Flash. Good Eyeballs. Oh mein Gott. Was ist das hier drüben noch? Schoko Weeds. Okay. Hier ist Campingzeug. Weg? Jacob. Sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh. Okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los gehen wir. Oh, von den Zweien am Anfang. Ich habe vergessen, wie sie hießen. Hase und Hase nenne ich jetzt einfach mal. Oder Hase und Schatz. Oh cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh cool. Und ein Code. Für den Tresor. Oh ne. Bitte nicht. Okay. Fertig. Okay, aber ich finde es irgendwie gut, dass ihr das mitnehmt. Du willst die Knarre echt behalten? Ja, irgendwie schon. Ja. Für Beeren. Okay. Also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Tresor, 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 Tresor. Wo war der nochmal? Oh Gott, hier gibt es auf jeden Fall ein Jumpscare. Ich sag's euch. Eine Ratte oder so. Irgendwas kommt. Draußen ist noch so ein Stalker-Typ. Toothpaste. Okay. Ist hier noch irgendwas? Oh, können wir jetzt hier aufmachen? Aha. Vielleicht ganz gut für später. Hallo Nates. Hallo. Ich weiß nicht, wo dieser Tresor war. Ah. 7739. Bin drin. Ah, sehr gut. Moni? Oh, sehr gut. Was ist noch da drin? Ähm, nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, 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 nein. Feuerwerk. Finde ich laut. Nee, ich will's da lassen. Ich finde, Feuerwerk geht etwas zu weit. Ist etwas laut. Du hast eine Flinte. Was spricht dagegen Feuerwerk? Die Flinte dient dem Schutz vor Bären. Das Feuerwerk könnte einen Waldbrand auslösen. Ja. Oder es macht sehr laut. Hey, Horizon, wie geht's dir? Ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus. Und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh. Stopp. Stopp. Nicht bewegen. Das Spiel ist geil bis jetzt, Horizon. Oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Peanut Butter Butter Pops? Meine Lieblings Butter Pops. Oh, mein Gott. Komm, wir sind herzlich. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich weiß es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, Butter Pops. Pop, 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 I'm in your mouth. What? Oh, mein Gott. Der beste Snake überhaupt. Oh, ich würde es gerne probieren. Was ist das so was wie Popcorn? Erdnuss Flips. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh, Mann. Du wirst sie lieben. Okay, warte. Ist ein Halbbarkeitsdatum auf der Tüte? Ähm. Sie sind noch gut. Oh, mein Gott. Die sind 20 Jahre alt, oder? Hey. Es heißt mindestens Halbbaris. Du wirst sie lieben. Boah. Boah, ich bin da aber auch so. Okay. Ich weiß, es ist übelste Verschwendung, aber wenn das MHD überschritten ist, esse ich das auch nicht mehr. Draußen habe ich eine Schubskabel gesehen. Groß genug. Madder, madder, koi. Ähm, bitte was? Kiste? Oh, das meint ein Behälter. Oder Po. Nein. Das ist schön, wie ein Bär auf dieser Bierdings drauf ist. Äh, ja. Äh, okay. Äh, das ist, ähm, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug drauf packen und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Wollang? Cute. Cute, cute, cute. Ey, mir geht's gut, Nate. Nate, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin heute nicht so krass dolle, sehr, sehr krass chataktiv, weil das noch auf YouTube kommt. Aber mir geht's gut, Nate. Ich hoffe, bei dir ist auch alles klar. Dylan. Dylan und... Ich hab den Namen vergessen. Boah, das ist so groß, dieses Lachen. Echt freundlich. Podcasts sind cool, Mann. Ryan. Ah, Ryan. Äh, bizarr oder banal. Also, Geisterkram? Mehr so, ähm... True Crime? Ja, also, alles unerklärliche. Paranormales. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist. Oder... eher banal. Buh, anal. Gecheckt, anal? Oh mein Gott. Du Wortakrobat. Äh. Ganz unangenehm. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Äh, ich... Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Oh, wir schnüffeln jetzt hier echt rum, okay. Ach, süß. Ey, wozu das Gewehr? Äh, Chris. Mr. H. meinte, es ist für, ähm, Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem... Gewehr. Boah, ich hab' ne kurze Hose an und ich... Auf nem Lederstuhl ist nicht so geil. Lass es einfach. Ich bleib' irgendwie immer hängen. Was ist, wenn wir sie brauchen? Stimmt schon. Bro, was können wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho... Most Dangerous Game mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was, was wenn... Okay. Sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir... Das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Ich würd's schon mitnehmen, irgendwie. Okay. Also ich würd erstens gar nicht erst rausgehen, aber dann lass uns das so wenigstens mitnehmen. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Okay, im Büro. Merken wir uns das? Ja. Huh. Was denkt ihr? Wie viel töte ich? Wie viele Personen sind es? Sechs. Wie viele werden sterben? Huh. Ich versuch, mindestens vier durchzukriegen, okay? Oh, was ist das? Zähle es alle, aber mindestens vier. Hörst du das? Ist das eine Falltür? Oh, ich find ihn ganz gruselig. Geheimer Sex-Dungeon. Sie führt wohl in den Keller. Dieses Grinsen immer. Oh Gott. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H. steht auf richtig schräge Sachen. Bei mindestens vier. Ich glaub nicht. Waren doch nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha. Warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Das ist bestimmt der Keller, wo draußen diese Tür ist. Wo die am Anfang gestorben sind. Okay, tja. Sieht aus. Der Schlund der tiefsten Hölle, also ganz schön theatralisch. Geh runter und guck. Du passt da bestimmt durch. Sicher nicht. Geh doch selbst. Oh, was machen wir? Gehen wir gucken oder klettern wir runter? Komm. Ich bin bis jetzt gut in Quicktimes. Ich gehe. Ich will wissen, was da unten ist. Wenn ich jetzt sterbe. Aber nein, nicht schon jetzt. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan. Du wirst es nicht glauben. Was? Was? Käfige. Oh, perfekt. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Oh, aber diese Herzklopfmusik gerade. Das ist ziemlich spooky hier unten. Und es riecht ganz komisch. Also. Ja, okay. Ich komme wieder hoch. Oh nein. Okay. Die wird zusammenbrechen, wenn da jemand hoch will. Klingelingeling. Er kriegt es schon nicht mit. Ich finde ihn irgendwie nervig, den Typen. Ryan. Okay. Sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mache ihn kaputt? Komm schon. Oh Mann. Das war nicht geplant. Oh, Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ach, die vom Anfang? Können wir uns das kurz angucken? Eine Liste mit den Namen der Betreuerin und Betreuer sowie persönlichen Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Laura Kearney und Max Brinley. Das sind die vom Anfang, oder? Ich weiß nicht, wie die hießen, aber muss ja. Schöner Fisch, du. Okay, können wir noch irgendwie was machen? Hier liegt noch was, oder wie? Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Äh, weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Äh, nein, eher nicht. Kate, oder wie die hieß? Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die, äh, Handys? Äh, sie können sicher noch ein bisschen laden. Ach. Okay. Okay. Äh, ich check mal diese Tür nachher ab. Vielleicht auch nicht. Ja, oh, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst im Chris' Privatbereich? Äh. Entschuldige. Ach, vom Anfang. Okay, sie ist Laura. Laura und Max. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... Ah, okay. Aber bis jetzt sind es keine Tasten, ne? Du redest Blödsinn. Oh. Okay. Ah. Freshe Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Ist bestimmt von den Toten. Wow. Oder ist... Yo. Hey, hey, vielleicht sollten wir... Oh. Oh mein Gott. Sag mal nicht, die sind jetzt im Kühlhaus oder so? Wow. Was ist das? Okay, doch nicht. Das ist der Monitor. Das ist das Camp. Ist der Agent überwacht? Nein, nein. Ich meine... Nein, nein. Das kann nicht. Das sind nur... Anscheinend schon, Bro. Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Ach so. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach... normale... Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja. Und was? Wie Bigfoot und so. Solche Sachen halt. One-Shot. Dankeschön für dein Follow. Vielleicht mag er ja den Podcast. Er hat also Bigfoot gesucht. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H. auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Ey, ich höre auch gerne einen Podcast. Ja, nun, was will man hier sonst anstellen? Nein, ja. Stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Äh, also... Stimmt. Versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so... Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspect, Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich... Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das... Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, hm? Frag ihn. Ach, Dylan heißt der Typ. Ja, mach ich vielleicht. Na dann... Mir reicht's mit diesem... Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Lass doch mal drauf schauen, oder? Ey, der hat auch einen Schuh am Mike. Oh, bitte kein Jumpscare. Wenn jetzt hier irgendwas vor die Cam kommt, bitte nicht. Was war das? Ah, supi. Oh, nee. Kann schon nichts sein. Ja. Genau. Boah, das wird doch richtig schlimm, oder? Scrappy Yarrow. The Island. Ich glaube auch, dass der Raum noch wichtig wird. Hier ist auch noch was. Karten. Vielleicht den Raum merken, wo diese Flinte noch ist, die zweite. Was standen da jetzt? Max. Oh, das ist für Max gewesen. Der Typ, der am Anfang gestorben ist. Und Laura. Text einblenden. Ah ja, die sind tot, die beiden. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Lass mal hier noch kurz schauen. Okay. Gruselig hier alles. Die Gitarre, okay. Oh, Kamera. Und hier noch? Ein Bart, okay. Oh, das ist auch so ein Ding, ne? Immer in diese Schränke zu gucken in einem, in einem, äh, Dings, in einem anderen Bad. Macht der das auch? Boah, das wird noch so spannend, aber ich liebe das Game bis jetzt. Ich finde es richtig cool. Yo, lass das Gewehr da, Mann. Na klar, Roboss. Okay, dann, äh, Abreise, oder? Unsere Handys. Wenn du jetzt die Schule losgeht, weißt du schon, was du als Hauptfach nimmst? Weiß noch nicht, Mann. Darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Hast du noch nicht entschieden, was du mit mir machst? Fabo macht das, ja? Hey, sind die Handys mal? Ich mach das aber auch manchmal. Aber nur bei meiner Familie, also nicht irgendwie bei, äh, Freunden oder fremden Leuten oder so. Äh, wo sind denn jetzt die Handys gewesen? Können wir jetzt gehen? Ah, Hinweis entdeckt. Familienfoto. Dennoch, jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern. Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus. Okay, was ist mit seinen Kiddies? Geht's denen gut? Hier ist auch noch was. Müll? Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich rufe dich an. Wieso? Ich flirt mal mit ihm. Äh, damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Hm, smart. Wenn ich damit eine Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Ryan wirkt interessiert. Hallo? Was? Was? Du bist in sieben Tagen tot. Äh, hallo? Weird. Ich dachte, da wäre jemand. Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Psss. Ah, hier liegen die Handys. Nice. Haha, what's up? Vollgeladen? Naja, zur Party. Okay, cool. Gehen wir. Naja, vollgeladen, 28%. Oh, Party time. Ich denke, ab jetzt geht's richtig los, oder? Jetzt ist Action. Oh, Nick und Abby? Oh. Hm. Hm. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Ist ja ein bisschen süß. Weg nehmen wir. Du darfst entscheiden. Was war's? Shady Glade, oder? Rocky Roach. Naja, Shady Glade klingt irgendwie nach mehr Action. Also hier, da. Ich halte mal Quicktime bereit. Perfekt. Oh, mein Gott, alles okay? Alles okay. Das war ja eine Fake-Lasche. Komm, ich helfe dir. Oh, Oskar, vielen, 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 vielen Dank für dein Sub-Gift an Little Roadrunner. Vielen, vielen, vielen Dank, Oskar. Dankeschön. Vielen Dank für dein Sub-Gift und Little Roadrunner. Viel Spaß mit den Emotes und mit deinem Sub. Vielen, vielen, vielen Dank, Oskar. Danke sehr. Oh, ist jetzt ein bisschen romantisch hier? Wir kriegen so ein bisschen, äh... Oh, die Grafik ist schon krass. Das ist irgendwie schön gerade. Das jetzt nicht mehr so? Es gibt einen Witz über Künstler. Er ist aber blöd. Ach ja? Ja. Willst du ihn hören? Klar. Okay. Also gut. Warum hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Ähm, weiß nicht. Bei ihm war der Schwung so schnell zu Ende. Oh, nein. Sorry, Jacob hat ihn erzählt. Hey, Basti, was geht ab? Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Ja, sorry. Keine Ahnung. Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken, so schmutzig. Oh, nur ein Vogel. Nur ein Vogel. Oh, die zwei sind aber irgendwie cute. Mir ist leid, ich bin nur ein wenig... Ich bin nur ein wenig nervös. Wieso? Wieso? Ist vielleicht Einbildung, aber seit die Camper weg sind, habe ich das vage Gefühl, dass jemand anderes da draußen ist. Oh, nö. Oh, dankeschön, Oskar. Wären noch Camper hier? Nein, nein. Es ist nur, die kleinen Härchen in meinem Nacken stellen sich auf, weißt du? Ja. Nun, wahrscheinlich Einbildung. Gut. Hast recht. Naja, also... Nick ist auch irgendwie cute, oder? Wo genau gehen wir jetzt eigentlich hin? Ähm... Ich mag hier einen kleinen Fledermaus-Rucksack. Irgendwie süß. Nicht irgendein Einfugel, ein Rabe. True. Die Raben haben hier irgendeine Bedeutung. Oh, hier leuchtet was. Was ist das? Ich würde gerne... Ist das eine Kamera? Ähm... Ich kann es irgendwie nicht... Ah, jetzt. Klingt wie eine Kamera, oder? Ist das eine Kamera? Ja. Ja. Vielleicht für die Wildtiere? Ja. Eine Wildkamera. Oh, wir sind... Wir werden so beobachtet. Das finde ich ein bisschen spooky alles. Aber ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Komm, wir gehen mal da runter. War ich da schon? Ich weiß nicht. Oder muss ich jetzt da hoch? Ne, ich bin von da gekommen. Ich bin ein bisschen orientierungslos schon wieder. Und ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Aber mit Copyright-Musik. Ich bin... Mich würde echt interessieren, was da für Copyright-Musik drin ist. Oh, da ist eine Box. Eine Kiste. Okay. Aha. Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Das ist von so einem Cop gewesen. Nackte Ranger. Okay, was geht da drüben noch? Ich will noch ein bisschen schneller laufen, ne? Es ist jetzt ganz schnell dunkel geworden. Okay, ne. Gut. Aber irgendwie auch schön hier, oder? Also das hier ist schon schön. Grafik ist so krass, finde ich. Oh, oh. Romantic Spot oder was? Den nutze ich aus. Moment. Nochmal mit Anlauf. Irgendwie geht es nicht immer sofort. Ne, ich spiele bitte. Das ist jetzt die Chance für die beiden Lovebirds. No. Wieso geht es nicht? So, jetzt nochmal mit Anlauf. Jetzt ist... Achso, ich dachte schon, jetzt ist es weg. Warum geht denn das nicht? Hä? Ich gehe nochmal ganz zurück, komm. Irgendwie klappt das nicht immer auf Anhieb. So, jetzt nochmal. Nochmal. Schon gerne sehen, was hier passiert. Ah, jetzt. Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja, klar. Dumm. Hm? Ach, das war's, oder was? Toll. Geh mir zum See. Ist der See der Plan? Vielleicht, oder? Wenn, dann hier so lang, oder? Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Ach, voll schön. Schön. Oh, sie wird's zeichnen. Wow. Sag was, sag was. Wow. Mal mich. Das ist echt gut, oder? Verspielt. Bin ich wie so ein Affekling? Okay, oh mein Gott. Oh, nee. Unangenehm. Oh, ich hätte aufrichtig nehmen sollen. Nein. Oh, ich hoffe, die beiden kommen daneben draus. Ich gebe alles dafür. Hey, hast du das? Oh, nee. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Ein Schwein. Wildschwein. Oh, süß. Oh, Mausi. Aber da kommt gleich die Mami dazu. Er ist so winzig. Nein, nicht dahin. Oh Gott, die Mami kommt jetzt. Oh mein Gott. Wieso muss sie das anfassen? So dumm. Und jetzt kommt die Mami. Rette Abby? Vor was denn? Wieso muss sie das aber auch anfassen? Don't breathe. Oh, nein. Oh, nein. Das kann ich immer nicht so gut. Okay. Oh, nein. Ich finde es schön, dass wir immer so Tutorials bekommen. Oh, no. Im richtigen Augenblick wegrennen. Oh, nein. Lass los, wenn es sicher ist. Woher weiß ich das? Wenn es nicht mehr rot ist? Jetzt? Oh, nein. Keine Ahnung. Oh, nein. Okay. Oh, Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Ja, aber wieso fässt du denn auch das Baby an? So dumm. Wieso müssen Menschen immer alles anfassen? Eine Sau trifft man nicht oft? Stell dir die Story vor. Ich bin fröhlich. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Uuuh. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Die Musik ist schön. Ich hoffe, die beiden schaffen es. Okay, das ist unser Ziel. Die beiden müssen überleben. Caitlin. Mrs. London Tipton. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Oh. Schön. Schön. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H. ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Äh, wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur... Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtieren. Ihr seid ja total fantasielos. Und, äh, was geht hier so? Ist alles ready? Ähm. In dem Baumhaus war ein Licht. Ja, ich bin ehrlich, ja. Ähm. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest noch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotionen, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay? Deine Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt. Wortwahl. Ja, wirklich. Oh, das war Absicht. Abby, Nick. Gutes Timing. Nee, die Wortwahl von ihr ist wirklich nicht so cool. Das wird besonders weit. Wie die andere Uschi aus Until Dawn. Keine Ahnung, wie sie hieß. Holzklötzer haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war ne Sau. Oder Wache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die... Oh, da ist ein Rechtschreibfeld. Die Hexe von Hackett's Quarry? Ich bin mal ernst. Äh, ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Das war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick ne neue Freundin. Oh, erzähl. Oh. Es gibt's ja Lieferung. Das war so unnötig. Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Äh. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wie haben sie aus dem Lagerraum? Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und, und, wir bringen euch ne handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Hießen die nochmal? Achso. Pop, 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 pop them in your mouth. Oh mein Gott. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey. Gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir den nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma? Bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Warum? Es ist so unnötig. Auf keinen Fall. Nein. Streng. Oh. Ich lasse euch nicht hinter Knarre leihen oder keine gute Idee. Okay. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey. Äh, weißt du was? Ja. Hast recht. Besser ist, äh, ich, äh, gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Sön, geklar. Jawoll! Echt jetzt? Ich hätte es streng nehmen sollen. Ah, okay. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay. Die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. No. Da hätten wir es in der Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Oh, kommt nicht vor. Oh, Gott. Oh, das ist doch aber dumm. Guck mal, Abby ist auch nicht begeistert gewesen. Oh, nein. Nick. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. Drei Jahre in Folge, ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du ein Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Butter Pop. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn du echt... Okay, Jungs. Ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir, oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Okay, danke, bye, bye. Ich frage mich immer noch, hatten die beiden was? Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Ähm, hoffnungsvoll bin ich mal. Es war... Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und? Was habt ihr gesagt? Oh, nein. Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Hm, ja. Ehrenmann. Bist du zum Schluss gekommen? Spar dir das. Nee, 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 nee. Nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos. Jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid die Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Bretter im Kopf. Richtig coole Spiel. Finde ich auch, Lars. Okay, muss ich schießen? Darf ich schießen? Entschuldigung, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung. Denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte. Kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Entschuldigung, freigeschaltet. Okay, das schaffe ich, oder? Ach so, RT schießen schon. Wo soll ich sie... Linke ziehen? Was meint sie? Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Die armen Melonen. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Auf die Flaschen, okay. Soll ich auf die Flaschen oder auf die Melonen? Schöner Schuss. Oder ist egal. Krieg ich damit beide? Oh. Okay, Flasche. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Ich sollte doch auf die Flaschen, oder? Oh, nicht auf die Melonen. Oha. Oha. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, das qualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Oh, Fabo. Äh, gutes Spiel. Butterpops Jingle. Ja, komm. Oh, was ist Jingle? Ein bisschen drauf rumreiten, hier. Pupp, Pupp, Peanut Butter Butter Pops. Okay, ist ja gut, ist ja gut. True Lightful. Bam. Ihr dachte, das wär's. Was zum. Alles klar. Pupp, Pupp, Peanut Butter Butter Pops. Mit der geh ich, wenn's brenzlig wird. Die kommt mit uns mit. Die hat AIM. AIM an derer, was geht? Guten Abend. Oh, jetzt ist Party Time. Jetzt kommen die Viecher raus. 20 Uhr 15. Weiß einer von euch, wie viel Spielzeit dieses Spiel hat? Weil dann können wir es ja morgen schon beenden. Vielleicht. Ach. Kommt, Leute. Es kommt bestimmt Beide oder Pflicht. Vielleicht sind wir uns heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht? Natürlich. Also, Dylan. Schuhe. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Okay, danke, Fabo. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also, normale Standardregeln. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut. Okay. Okay. Und alle einverstanden sind. Egal. Supi. Ich mein, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Aha. Oh, küsst... Dings. Ähm... Pflicht. Ruf. Lieber mal smooth. Was ist Ruf? Na gut. Dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Oh, äh... Ich... Unterbrechen? Hey, schalt mal runter, Mann. Es geht zu weit. Kommt schon. Ich war nicht... Fertig. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Okay. Na gut, okay. Ähm... Oh, Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Äh, ich bin auch nicht so gut in sowas. Schnell was einfallen lassen. Ich weiß nicht. Äh, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Äh, was ist ein Ruf? Ist Ruf Pflicht und Ehre ist Wahrheit? Oder... Ich mach mal Ruf. Ruf. Bin ganz offen. Okay, okay. Dann lass doch mal hören. Klar doch. Okay, ich glaub, das ist Wahrheit. Was habt ihr in dem Büro gemacht? Ne, es ist Wahrheit. Die Hexe von Hack ist Quarry. Wir sprachen über sie, die Hexe von Hack ist Quarry. Oh, bitte. Er bahnt mich, die Grusel-Stories sein zu lassen. Du glaubst doch nicht daran, oder? Ich sehe die Dinge gern von allen Seiten. Ohne Vorurteile und so. Gut, glaube ich, dass eine alte Geisterlady rumschwirrt und Menschen auffrisst? Oh, boah, ähm... Puh, jetzt frisst sie ein? Aber die Idee ist doch ganz lustig, nicht? Lass dich nur nicht heute Nacht fressen. Das wär ein echter Stimmungskiller. Gebt mein Bestes. Ja, es ist Mandera, ist es. Okay, okay. Wen nehme ich? Äh, ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Äh, ich nehm... Okay, weil sie so gefragt hat, nämlich Caitlin. Oh, darf ich mir die Frage aussuchen? Hattest du was mit Jacob? Ja, weil das interessiert mich. Ja. Die haben so ein komisches Verhältnis. Kennt euch schon ewig, oder? Seid ihr Kinder? Leider ja. Kackfrage, Bro. Voll vergeudet. Und seit ihr, was geht ab? Richtig zur Sache gekommen? In der Mittelstufe hab ich mit Jacob Zungenküsse geübt. Ui. Aber weiter sind wir nie gegangen, denn... Er ist ein grottiger Küsse. Als hätte ich meinen Bruder geküsst. Lieb dich trotzdem. Oh, das hat ihn verletzt. Weiter. Oh, das hat ihn verletzt. Oh, das ist Pflicht. Küsst. Jacob. Oh. Dylan. Okay. Okay. Sie nimmt Jacob, weil Nick ist der von Abby. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehm Nick. No. Aber das ist doch von der Freundin. Oh mein Gott. Nein. Was für eine Bitch. Das macht man nicht. Im Ernst jetzt? Das macht man nicht. Die Abby will doch was von ihm. Oh nein. Es reicht. Es reicht. Oh nein. Es reicht. Ach, Abby. Danke, Nick. Oh nein. Wieso macht sie das? Bestimmt um ihn. Oh Mann. Er ist gut. Oh, das war scheiße von dir, Emma. Ja, das war richtig scheiße. Du knutzt meine Freundin, Arschloch? War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemand als Freundin. Fick dich doch. Öh, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob. Hol Luft. Ey, das lief ja richtig gut. Oh, das war... Oh mein Gott, ey. Emma ist gemein. Die wollte bestimmt Jacob eifersüchtig machen oder so. Aber unnötig. Wegen Abby halt. Oh, die Musik. Verdammt. Hey, danke, dass du hier bist, Kevzi, dann. Geiles Spiel bis jetzt. Da bist du ja. Hey. Ähm. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag. Was bringst du mir mit? Ähm. Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Oh, stimmt. Doch du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Braucht dich. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten. Und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Okay. Nur wenn ich Karten finde, hilft sie mir. Okay. Das ist das erste Mal gewesen. Geheim, es bleibt verborgen. Oh nein. Und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Oh, die Raben. Okay. Alright. Ärger im Paradies. Ja, das war kacke, ey. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das lacht mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Oh, hätte sie nicht einfach in die Hütte gehen können? Wieso denn jetzt im Gruselwald? Sehen wir bestimmt diese Hexe da. Oh, na toll. Oh, nee. Wo gehe ich hin? Die Quarry-Hexe kommt jetzt. Nick? Boah, ich würde nicht lang gehen. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Nee, Mann. Egal. Tschüss. Nee. Äh, äh. Gar kein Fall. Geht's einfach mit meinem Fledermaus-Rucksack. Oh, der Turm. Oh, ne Karte gefunden. Cool, jetzt hilft mir wenigstens die Frau weiter. Was heißt denn der Turm? Der Turm. Bedeutet, der Turm, hm. Stürzt deinen Sorgen davon? Kampf oder Flucht? Diese Fragen stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürzt nicht ab. Okay. Wenn das kein Tipp ist. Oh, Nick. Oh, hat sie Bock jetzt mit ihm zu reden? Ich denke eher weniger. Ich antworte ja. Nick! Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Lieber mit ihm als mit der Hexe alleine jetzt. Auch wenn ich nicht so Bock auf ihn hab gerade. Hey. Ähm. Hi. Du bist weggerannt. Ja klar, bin ich weggerannt. Ja klar, bin ich weggerannt. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Boah, die Grafik ist so krass. Wegen der Sache von vorhin. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich... hab einfach mitgespielt. Ja. Ist nur ein Spiel, oder? Klar. Oh, küssen, küssen. Ja, komm. Oh. Oh, Nick verliebt sich. Einen Kuss direkt verliebt. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir da? Mhm. Mhm. Ähm. Oh, Mensch. Endlich kommen die sich mal näher und jetzt so eine Kacke, oder was? Warum? Okay, es ist nichts passiert zum Glück. Okay, never mind. Zu früh gefreut. Oh, nee. Es ist ein Bär. Zu flott. Oh, nein. Quicktime ist bestimmt. Oh. Oh, mein Gott. Die beiden will ich durchkriegen. Oh, mein Gott. 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 zusammenbleiben. Jetzt sind wir beide tot, oder was? Nick! Sie lässt den jetzt doch liegen. Ah! Fuck! Was ist mit Nick? Rennen! Wo ist A? Hier ist A! Oh mein Gott! Ja, Nick ist tot. Toll! Nein, ich kletter nicht auf den Baum. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Keine Ahnung. Oh ne. Komm schon, Abby. Geht's verstecken vielleicht? Weiter rennen? Ne, renn weiter. Scheiß drauf, renn. Okay, nevermind. Sie versteckt sich. Was ist das? Ist das ein Werwolf? Oh nein. Nein, 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 nein. Ist er weg? Jetzt. Oh Mann, Nick, ich wollte, dass sie zusammenbleiben für immer. Ist das jetzt nicht so... Oh nein. ... Ja, ich bin dritten.